Mit einem Streik erzwang Ousmane Dembela im Sommer 2017 seinen Transfer von Borussia Dortmund zum FC Barcelona. Geht es nach Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke soll ein solches Wechseltheater beim BVB ein Einzelfall bleiben. Das betonte der BVB-Boss am Rande einer Veranstaltung der Industrie- und Handelskammer am Donnerstag. Wir haben eine klare Ansage gemacht. Der nächste Spieler, der Zicken macht oder streiken will, den lassen wir schmoren, wurde Watzke von den RUH-Nachrichten zitiert. Anzeige haben eine wirtschaftliche Verantwortung. Das ist zwar populistisch, weil wir natürlich auch eine wirtschaftliche Verantwortung haben. Wir konnten Dembela nicht halten und auf über 140 Millionen Euro verzichten, ergänzte Watzke. Meist gelesene Artikel 1 Fußball 2. Liga tot, darum verwundert mich ab 2 Fußball-Transfer-Markt-Transfertiker. Watzke glaubt an Transferrekorde 3 Fußball-Bundesliga-Hauptangriffe. BVB droht Punkt Abzug 4 Fußball-Bundesliga-Hönes trauert um Assauer 5 Ind. Fußball-Coach, James muss Opfer bringen auch Pierre-Emerick Aubameyang, der im Januar 2018 für rund 64 Millionen Euro zum FC Arsenal wechselte, bei dem zufolge nichts zu halten. Aber durch diese Fälle ist eine Situation entstanden, die Ordnungspolitik verlangt. Und deswegen sage ich, der Nächste, der es versucht, ist dran. Und das wissen die Spieler auch. Wir werden dann ein Zeichen setzen, sagte Watzke.Watzke, dem Wahnsinn keine Grenzen gesetzt. Der 59-Jährige sieht darüber hinaus die Entwicklungen im Profifußball kritisch. Objektiv betrachtet, verdienen wir im Fußball zu viel. Da schließe ich mich selbst mit ein, räumte Watzke ein, Bilder-Galerie-Transfer-Theater. Diese Stinkstiefel provozierten einen Wechsel-38-Bilder-Fakt ist, dass dem Wahnsinn keine Grenzen gesetzt sind. Deswegen wage ich die Prognose, dass auch mit den Ablösesummen noch nicht aller Tage Abend ist. Das liegt aber nicht an Borussia Dortmund. Wenn wir gegen Manchester City spielen, spielen wir eigentlich nicht mehr gegen einen anderen Verein oder ein anderes Unternehmen, wir spielen gegen einen Staat. Gegen Paris ist es dasselbe. Dann spielen wir gegen Katar. Der Personal-Etape von Man City sei laut Watzke beispielsweise viermal so hoch wie der von Borussia Dortmund. Für uns muss entscheidend sein, dass wir sportlich stark, aber eben auch wirtschaftlich gesund sind, sagte Watzke. estád er. Da ist ja noch etwas anderes, oder? Watzke. Da ist ja noch etwas anderes, ja. Watzke. Der Personal-Etape von Man City ist es deshalb nicht so gut. Da ist ja noch etwas anderes, ist es nur feuer, wenn es Culture geht, wenn es das, aber es ist, ist, dass wir im Ausgebung bei uns ausbremzen,